Denk dran, dass die Energie der Stadtwerke Flensburg echt günstig ist und sehr faire Kondition. Die sind sogar Testsieger mehrfach. Also jetzt muss gleich rüberkommen, dass die einen sehr guten Service anbieten. Und die sind total nett. Also volle Begeisterung bitte. Tag 1. Bitte. Ja, gar nicht mal das Schlechteste. Perfekt. Perfekt.